Grüße aus dem Nerdroom, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder mal ans Durchblättern von diesem Buch in diesem Fall. Czepanowski's 64 für Einsteiger, ein Data-Becker-Buch. Und bei wem jetzt die Alarmglocken klingeln, Moment, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ja, tatsächlich, es gibt auch dieses Buch von Czepanowski, C64 für Einsteiger, von Data-Becker. Ein bisschen anders vom Cover aufbereitet. Ich müsste mal nachgucken, welche Auflage das ist oder von wann das Ganze ist, ob es drin steht. Hier steht 1984. Ich schaue mal eben hier in dem Buch. Auch 1984. Also, hm, eigenartig. So, vom Druck her ist das Ganze ein bisschen anders. Ich lege es mal kurz hier, zumindest das Inhaltsverzeichnis vorne mal. So hin. Also hier nach dem Auspacken, das Netzgerät, Fernseher, Datasette, Diskettenlaufwerk, Drucker, Inbetriebnahme und so weiter. Das ist also hier alles gleich. Fertigprogramme laden und starten. Ich dachte erst, es wäre tatsächlich dasselbe Buch. Allerdings nach hinten hin, wenn es dann hier um die Programmierung geht, beziehungsweise das Projekt, war ja in diesem Buch hier eine Adressverwaltung. Das ist hier, glaube ich, ein bisschen anders gelöst. Ich habe aber auch nur kurz reingeblättert. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal zusammen an, würde ich sagen. Also, wir können auch noch mal kurz die Bilder vielleicht mal vergleichen. Das sind mal die ersten Seiten. Das würde mich mal interessieren. Ja, es sind andere Bilder drin, auf jeden Fall. Der Text scheint aber gleich zu sein. Dieses Kapitel richtet sich an all diejenigen. Ja, das ist noch so identisch. Ja, genau. Dokumentierende Bilder, begleitete Verkabelungskapitel, dokumentierende Bilder, begleitete Kapitel. Ja, also der Text scheint gleich zu sein. Die Bilder allerdings sind so ein bisschen unterschiedlich. So, da ich das Buch hier aber schon durchgeblättert habe, will ich das jetzt hier nicht so eins zu eins nebeneinander vergleichen. Hier ist noch der schöne Brotkasten. Hier ist schon der etwas modernere. Wahrscheinlich ist das Buch hier neuer. Da steht halt nur vorne 84 drin, weil die Inhalte vielleicht von 84 sind. Ich werde das noch mal genau aufschlüsseln müssen, für mich zumindest. Hier ist auf jeden Fall alles noch schön mit dem Brotkasten. Hier ist schon der C64C drin. Einige Bilder sind aber auch die gleichen. Ja, schauen wir uns mal das Buch hier an. Das andere lege ich mal zur Seite. So. Also, los geht's. Da brauchen wir uns vorne auch gar nicht mehr so viel beschäftigen. Wir gucken uns nur so ein bisschen die Bücher an. Hier geht's also tatsächlich einmal darum, wie man den C64 anschließt. Es ist also wirklich ein komplettes Handbuch für den C64, zumindest der erste Teil. Hier diese Schriftart, dass alles so ein bisschen nach Schreibmaschine aussieht. Das ist allerdings nicht so ganz mein Fall. Und so vom Lesen her, fände ich das hier, ja, weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. So. Da geht's dann hier nochmal um die Tastatur genau und wie das alles so funktioniert. Man kann es auch schwer überfliegen, diese Texte, wenn die so gesetzt sind. Mit diesem, äh, mit dem Zeilenabstand und so. Das ist alles nicht so optimal, wie ich finde. So, die Ziele mit den Cursor-Tasten. Genau, hier wohnt nochmal genau die Tastatur. Das haben wir ja in dem vorherigen Buch, ich verlinke euch das auch nochmal. Also hier in diesem C64 für Einsteiger. Alles so ein bisschen genauer betrachtet. Und da habe ich ja auch genauer mal so ein bisschen reingelesen und geguckt, was die Kapitel einen denn jetzt hier alles sagen wollen. In diesem Buch ist jetzt für mich am interessantesten, was denn gleich hinten in dem Buch so drin steht. Da wird ja jetzt keine Adressverwaltung programmiert, wie das in dem anderen C64 für Einsteiger ist. Sondern da wird es ja wohl Unterschiede geben. So, hier wird nochmal geguckt, wie korrigiert man denn überhaupt. Ähm, verschiedene Farben. Wie man, äh, verschiedene Farben darstellt. Fertigprogramme laden und starten. Das ist auch noch, äh, wie in dem anderen Buch drin, hier mit, äh, load, Stern, Komma 8. Das wird intern zum Befehl load, Anführungsstriche, eins, Doppelpunkt, Stern, Anführungsstriche, Komma 8. Aha, das Laufwerk 1. Hm, okay. So, gucken wir mal weiter. Äh, Ladeprobleme von Kassette. Der erste Befehl. Guten Tag, Syntaxerror. Ja, genau. Print 10. Also, das war in dem anderen Buch auch noch drin. Das sind jetzt so die ersten Schritte, wie man denn, äh, Sachen programmiert. Äh, Steuerzeichenaufgabe mit Print. Genau, sobald man Anführungszeichen macht, kann man ja bestimmte Tastenkombinationen für Farben und Cursorpositionen und so weiter setzen. Und das wird dann alles in die Anführungsstriche als, äh, Sonderzeichen reingenommen. Sodass dann, wenn man hier oft genug den Cursor runter und links drückt, erscheint das Guten Tag, was dahinter steht, hier mitten auf dem Bildschirm drauf. Und der Bildschirm wird halt vorher gelöscht. Ich glaube, das ist das Sonderzeichen, dass so den meisten bekannt sein können, dieses invertierte Herz zum Bildschirm löschen. So, hier werden ein paar Rechnungen gemacht und Rechengenauigkeiten und Pi war da gerade, habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen, beziehungsweise mich noch dran erinnert. Wie gesagt, wenn euch das näher interessiert und ihr das durchgeblättert von dem anderen Buch noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das durchgeblättert von dem anderen Buch mal an. Da gehe ich auf jeden Fall auf diese ganzen Sachen etwas detaillierter ein, als ich jetzt hier nur beim kurzen Durchblättern mache. So, dann geht es hier um die Zeilennummerierung, wie man also jetzt Programme schreibt und nicht alles im Direktmodus eingibt. Und so wird man hier Schritt für Schritt an die Programmierung auf dem C64 herangeführt. Finde ich persönlich sehr gut. Ist also tatsächlich der Name Programm 64 für Einsteiger. Tatsächlich, wenn man das Buch so durchgeht, kann man vom Aufbau des C64 bis hin zur Programmierung eine ganze Menge lernen. So, erstmal ein Schluck Kaffee. Zwischendurch, das muss leider sein. Recheninterne Speicherung von Daten. Dateiorganisation. Speicherung auf Diskette. Okay, das ist ein Teil, der jetzt hier kommt. Ich glaube, hier geht es jetzt los mit den Unterschieden. Der war bei dem anderen Buch hinten in dem Projekt mit drin. Also wenn es darum ging, diese Adressverwaltung zu schreiben. Und hier scheint das Ganze jetzt so ein bisschen einzeln zu sein. Okay, Dateiorganisation. Speicherung auf Datasette und Speicherung auf Diskette. Wobei auch hier Anrede, Vorname, Name, Straße, Postleitzahl, Ort. Das kommt mir aber alles sehr bekannt vor. Boah, vielleicht ist das tatsächlich das andere nur eine Neuauflage davon gewesen. Das wäre natürlich ein Ding. Aber ich hatte reingeblättert, aber aufgrund, dass dieser Text hier so schwer zu überblicken ist, wie ich finde, habe ich das dann nicht erkannt. Und Screenshots und so, naja, wir gucken mal weiter, mal sehen. So. Datenladen, Datensätze lesen, ändern, löschen. Daten speichern, Variablen. Recheninterne Daten werden in Variablen gespeichert. Hier werden dann die Variablen genauer erklärt. Mit Print, wie man sie ausgibt und so weiter, wie man damit rechnet. String-Variablen. Frankfurt-Tabellen. Bonn, Paris, London, Rom, Madrid. Ah, also quasi Felder. Hier geht es dann los mit den einzelnen Befehlen, die dann wieder hier so dargestellt werden. Das Problem, Dimensionierung von Arrays, der Befehl dafür, der Dim-Befehl, Parameter, V1 der Variablen-Name und N1, N2, maximale Index der einzelnen Dimensionen, die man dahinter setzen kann. Okay. Erklärt. Nicht schlecht. Dann hier Input. Eingabe von Daten. Dateneingabe über Tastatur. Schleifen. Also hier geht es nicht um ein konkretes Projekt auf jeden Fall. Hier werden einfach nur einzelne Sachen erklärt zur Programmierung. Finde ich gerade auch ganz gut so, ehrlich gesagt. Erste Reaktion des Programms. Also hier werden nochmal die einzelnen Befehle. Der Poke-Befehl zum Beispiel beschrieben. Dann Unterprogramme mit Goes Up, wie man die aufruft. Hier dann nochmal so einzelne Programmbeispiele dazu. Programm Kopf. Adressverwaltung. Okay, hier wird auch die Adressenverwaltung programmiert. Also genauso wie in dem, ich halte es nochmal rein, anderem Buch auch. Hier war das aber, glaube ich, alles einmal. Zum Vergleich lege ich es nochmal hier drauf. Also der Text ist leichter lesbar als hier, weil hier ist er einmal kleiner gesetzt und die Zeilenabstände sind größer. Und ja, hier war es auch irgendwie so ein bisschen mit dem Quellcode, der zwischendurch gezeigt wurde, ein bisschen besser strukturiert, glaube ich. Aber es kann auch sein, dass ich mich da einfach jetzt täusche. Aber hier wird auf jeden Fall auch eine Adressverwaltung so nach und nach. Entsteht hier, if und then, was haben wir hier noch, on, irgendwas, go to. Habe ich, glaube ich, noch in keinem Video groß behandelt. Das ist einfach on und dann kommt eine Zahl, also ein numerischer Wert oder eine Variable, die den Wert enthält. Und dann go to und dann Komma getrennt ein paar Zeilennummern. Und je nachdem, was dann in diesem Wert drinsteht, wird dann die entsprechende Zeile hinten angesprungen. Hier zum Beispiel on f, go to 100, 200, 300 und 400. Und wenn f1 ist, dann wird zur Zeile 100 verzweigt. Ist f2, dann wird zur Zeile 200 verzweigt und so weiter. Da kann man sich also so eine if-then-Parade mitsparen und mit einer Zeile abkürzen. So, hier gibt es der Quellcode, Adressen eingeben, Adressen ändern. Ah, hier ist der Code dann immer am Ende zu den einzelnen Abschnitten. Adressen löschen, also genau wie in einem anderen Buch, wie es hier so Schritt für Schritt entsteht jetzt hier, das Basic-Programm zum Erfassen von Adressen. Ich glaube, das andere ist einfach nur eine Neuauflage davon, von diesem Buch hier. Aber ich fand, das andere Buch war besser zu lesen, vom Schriftsatz her. Hier ist der Open-Befehl. Hier geht es also dann daran, die Daten auf die Diskette abzuspeichern. Oder auf die Kassette, je nachdem. Daten sind gespeichert. Daten laden. Was hier wahrscheinlich fehlt, ist gleich der Geos-Teil, der in dem anderen Buch hinten drin war. Hier ist nochmal das komplette Listing anscheinend. Ja, hier wird nochmal das komplette Programm aufgelistet, zum Abtippen sozusagen. Ich finde es ganz gut gemacht in dem Buch, dass hier wirklich so Schritt für Schritt jeder einzelne Programmteil entsteht und dabei dann auch der entsprechende Befehl, der da im Zentrum steht oder die Befehle, die im Zentrum stehen, dann nochmal explizit hier erklärt werden, wie hier zum Beispiel der Get-Befehl. Und nicht einfach nur das komplette Listing abgedruckt wird und dann irgendwo erklärt wird, was denn da ungefähr so passiert. Finde ich ganz gut. So, was gibt es denn hier? Die Zusatzgeräte. Die Datasette. Programmspeicherung, Datensicherung. Hier wird also genau beschrieben, wie man auf Datasette abspeichert. Dateneingabe, Datensatzzähler, Eingabe abschließen mit Stern, Stern, Stern. Okay. Da wird anscheinend, werden die Daten auf Kassette abgespeichert und dann werden die sequenziell, anders geht es bei Kassette ja nicht, eingelesen. Und diese drei Sterne scheinen dann entweder den Abschluss eines Datensatzes zu markieren oder den Abschluss der kompletten Datei vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. So, dann geht es hier technisch weiter. Da wird dann hier nochmal genau geguckt nach den Spuren und Sektoren auf der Diskette, wie das Ganze da physikalisch dran abgelegt wird. Hier nochmal dieses Schema. War in dem anderen Buch auch so weit drin. Wie gesagt, ich empfehle auch, das andere zu gucken. Da gehe ich detaillierter auf die Sachen ein. Nein, ich dachte hier, das Buch wäre am Ende anders, weil ich es mal, ich hatte mal kurz reingeblättert, aber es scheint tatsächlich dasselbe Buch zu sein oder die Inhalte scheinen sehr gleich zu sein zumindest. Und das andere ist wahrscheinlich nur eine Neuauflage des Ganzen. Und das Ganze so ein bisschen nochmal ein zweites Mal zu vermarkten. Ich wäre auf jeden Fall tierisch sauer gewesen, wenn ich mir das andere Buch damals auch gekauft hätte. Guck mal, wie viel haben die denn gekostet? Das Buch hier steht es drin. Ne. Doch, hier hinten. Moment. Äh, Maschinensprache, Simons Basic. Ob das Buch hier auch drin steht, weiß ich nicht. Moment. Wäre schon so ein bisschen redundant, weil man es ja schon gekauft hat. Aber wer weiß, vielleicht sind das hier so Standardseiten. Da, 64 für Einsteiger, 29 Mark hat das andere Buch auch gekostet. Das hat auch 29 D-Mark gekostet. Und, äh, na gut. Preis nicht gleich, aber trotzdem wäre ich sauer gewesen, wenn ich das, äh, wenn ich zweimal das gleiche Buch, äh, gekauft hätte, ohne das irgendwie zu wissen. Na gut, okay. Weil kauft aber auch zwei Einsteigerbücher. Na gut, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich beide Bücher in der Sammlung habe. Also ich will mich jetzt nicht unbedingt beschweren. Ist das nur für die es durchgeblättert, gerade so ein bisschen, äh, ja, eine Redundanz, sag ich mal. Doppelt gemoppelt hält, aber natürlich besser. Da, sequenzielle Daten mit Floppy. Hier geht es dann nicht mehr auf Kassette, sondern auf Diskette weiter. Der Abschnitt ist auch relativ kurz gehalten. Dann haben wir hier noch der Drucker. Mhm, groß-klein-Grafik, wie man das Ganze auf den Drucker jagt. Internist, der Hauptspeicher, Peak & Poke. So, einen Trendsack-Poke, geben Sie den folgenden Poke ein. Von nun an wird jede Taste 15 Mal in der Sekunde wiederholt. Ah, die Taste-Wiederholung einschalten hier. Und mit Peak können wir dann die ganzen Sachen wieder auslesen. Okay, was haben wir hier? Anwendungsbeispiele, Dateiverwaltung, Schallplattensammlung, äh, Die Kunden eines Versicherungsvertreters, Autos eines gebrauchbaren Händlers und Kochrezepte einer Hausfrau, Schrägstrich Hausmann, natürlich. Rezeptsammlung, immer gut. Ähm, so. Name, Vorname, Textverarbeitung. Finanzbuchhaltung. Anwendungen. Ah, hier werden jetzt so ein paar Programme gezeigt gerade. Das ist anders. Das war in dem anderen Buch nicht so drin. Da war am Ende ein ganzer Abschnitt über Geos. Fakturierung. Mit welcher Mehrwertsteuer, welchen Mehrwertsteuersätzen Sie arbeiten? Achso, da kann man hier eins, sieben Prozent, zwei, vierzehn Prozent. Drei, null, vier, null. Ja, da war die Mehrwertsteuer noch vierzehn Prozent. Da war die Welt noch in Ordnung. So. Grafik. Oh, hier ist sogar ein Kapitel über Sound und Grafik. Das fehlte mir in dem anderen Buch so ein bisschen. Das war so, aber das ist hier auch nur so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wie mir scheint. Also zwei Seiten für Grafik und hier der Sound. Auch zwei Seiten. Das scheint mir doch ein bisschen wenig, um wirklich was zu erklären. Und da habe ich jetzt auch keinen Quellcode groß gesehen. Anhang für VC20 Anwender ist hier noch drin. Unterschiede zum CBM64 und VC20. Da, der Hauptspeicher für Basic 38.911 Bytes und beim VC20 3.500 Bytes. Das ist natürlich ein Hammerunterschied. Auch das Bildschirmformat 40 Spalten zu 22 Spalten und 25 Zeilen zu 23 Zeilen ist hier sehr unterschiedlich. Zeichenfarben 16 zu 8. Also hier werden nochmal die Unterschiede der zwei Systeme so ein bisschen erklärt. Für Umsteiger, deswegen gehe ich davon aus, dieses Buch wird wohl als erstes rausgekommen sein. Und ja, die ganzen Sachen sind dann halt in der Neuauflage hinterher weggefallen. Was haben wir hier? Listing Adressverwaltung für den VC20. Oh, hier hat er nochmal extra eine Adressverwaltung für den VC20 gemacht. Die sollte relativ gleich sein. Ich gehe davon aus, dass so einige Befehle zum Speichern und Einlesen der Sachen wahrscheinlich anders sind. Weil das Basic war ja das Gleiche. Und natürlich kann man nicht so viele Adressen in dem relativ kleinen VC20-Arbeitsspeicher drin behalten. Naja gut, so. Hier hinten gibt es noch ein bisschen Werbung. Haben wir ja gerade schon reingeguckt. Was sind das hier hinten für komische Kästen? Also andere Data-Becker-Bücher. Was haben wir hier? Was so ein Commodore 64 mit Data-Becker-Programm alles kann? Ah, Data-Becker hat ja auch eigene Programme rausgebracht. Und die werden dann hier nochmal so ein bisschen beworben. Aha. Faktumat. Diskumat. Textumat. Also bei den Programmnamen waren sie sehr erfinderisch, muss ich sagen. Profimat in Stichworten. Pascal 64. Syntimat. Diskumat. Super Grafik. Data-Mat. Textumat. Hier sind nochmal so beschrieben, was die Programme denn so ungefähr machen. Und ja. Dann sind wir aber auch schon durch, würde ich sagen. Ja. Ich hoffe auch, wenn es inhaltsgleich mit dem anderen Buch war. Ich lege es nochmal so ein bisschen daneben hier. So. Hat euch das Video trotzdem gefallen? Ja. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare rein, was ihr so davon haltet, dass hier das Buch fast inhaltsgleich ist. Wie gesagt, in diesem Buch ist halt noch ein Geos-Teil hinten dran. Während hier eher der Umstieg vom VC20 auf den C64 beschrieben wird. Und gut. Es ist halt eine Neuauflage. Das Buch heißt ja auch gleich. Ich weiß nicht. Also. Ja. Ich war auf jeden Fall sehr verwundert, als ich gelesen habe, dass es derselbe Autor ist. Und habe dann direkt mal reingeblättert. Hab dann gesehen, die Bücher sind ja relativ gleich. Hab aber tatsächlich gedacht, dass dieses Buch hier am Ende mit der Adressverwaltung was anderes ist als dieses. Es scheint aber auch hier die Adressverwaltung zu sein. Allerdings hier auch noch mit dem VC20 mit drin. Naja. So. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ich wünsche euch noch eine gute Zeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal.